Hallo und herzlich Willkommen zurück bei The Witcher 3 Was macht der denn da genau? Herzlich Willkommen... Was? Hä? Herzlich Willkommen zurück bei The Witcher 3 Wo wir momentan... Ich hab kein... Was tut der Mann? Hält sich warm wahrscheinlich Ja, wo wir momentan hier inmitten eines blutigen Massakers stehen und hier... Alter Wer hat denn denn... Das muss der Riese gewesen sein mit so einem fetten Ding abgeworfen Aber was für Kampfspuren, äh, Kampfspuren, der wurde doch mit einem Mast zerteilt, der Typ Das kann nur der Riese gewesen sein Okay, überquere den See steht da immer noch Natürlich will ich mich erstmal umschauen, wenn es sich was... Wenn es hier was zu umschauen gibt Da kommen wir nicht rein Die Tür hängt schief in den Angeln Da drüben waren wir schon, kommen wir hier vielleicht rein Kristallisierte Essenzen nehme ich gerne und hier kommen wir sogar rein Und hier gibt's sogar Sachen Hm Und das gar nicht mal zu knapp Ich weiß gar nicht, ob das hier vielleicht vorher... Eine Lagerhalle war Oder vielleicht... Na... Ich kann's gar nicht erkennen, was das hier mal gewesen sein soll Mit so einer Sandkiste in der Mitte Ich hätte gedacht Schmied, aber das ist ja nicht wirklich ein... Naja, es ist nichts zum Schmieden hier Keine Ahnung Irgendein langen Haus Irgendein langen Haus Naja So, Diamantstaub Natürlich Ich glaub der kommt hier auch dauernd rein und raus gescheißert, ne der Typ Ganz komisch was mit dem los ist Da ist noch ne Hütte Abgeschlossen, schade Von hier kommen wir wahrscheinlich nicht rein Oh, warte So, Entschuldigung Na, hier ist eh alles zerstört Hier... Na, ach, hier gibt's... Oh, sogar mit... Mit Truhe Kasten wollte ich sagen Hier ist noch ein... Sehr deliziöses Doppelbett Und hier ist vor allen Dingen noch ne Truhe Naja, war aber nur ne kleine Truhe... Äh, war nur ne kleiner... Kleine Rune drin Letzten Endes... Da hinten ist noch was... Äh, hallo? Noch ne Truhe Uh... Hm... Verbesserter Nordwind Das gefällt mir gut Sehr schön Sehr schön So, ein Glück Wir haben zwar noch keinen Nordwind gebastelt Aber wenn, dann können wir gleich nen verbesserten machen Wollten wir eigentlich eh machen Und jetzt schauen wir mal, die sind zu den Höhlen gelaufen Ich... Komm sicher auch bald zu den Höhlen Nachdem ich hier alles ausgeräubert habe Da kommen wir gar nicht rein Hier ist jemand gestolpert und gefallen Konnte aber fliehen Aber wahrscheinlich zusammen mit den anderen Überquere den See, aber... Warum? Wir sollten doch erstmal hier... Wann? Nicht er! Ja, ja, das weiß ich doch Komm, hau ab! Ich wollte doch die Spuren untersuchen Ich wollte nicht ihn untersuchen Hm... Ist auf jeden Fall hier vorbeigekommen So ein Glück Okay, wir folgen den Spuren mal nach hier oben Aber wie lang diese... Wie lang das einfach geht Ob wir da auch noch nen Überlebenden finden? Ist hier entlang Ja, ja, deswegen geh ich ja auch grad hier entlang Finden wir da noch nen Überlebenden? Hätten wir dann gleich zwei an unserer Seite Das wär natürlich praktisch Allerdings... Ist tief Ich sollte mir das Genick nicht brechen Und wie ist er hier dann langgekommen? Ach du Scheiße Ach, Entschuldigung Ich mein natürlich den hier Ach, Entschuldigung Ich mein natürlich den hier Können wir denn jetzt... Können wir da von unten irgendwie ran? Wo sind wir denn grad auf der Insel? Nur mal so aus Neugier Finden heraus, was zugestoßen ist In den Höhlen? Hä? Das war das Dorf, von dem wir... Ne, von hier kommen wir gerade Und da müssen wir dann hin, oder was? In den Höhlen zugestoßen Ach du Heilige Ich weiß echt... Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie wir da jetzt weiterkommen Da unten ist nur Wasser, weil wenn da nur Wasser ist, können wir da runter springen Ah, jetzt steckt auch das Schwert weg Wir gehen nochmal ganz kurz zurück Ich speicher gleich nochmal Und dann springen wir da mal runter Komm her So, speichern Und jetzt... Ja! Oh! Naja, ist kein Kartoffelbewusst, aber immerhin Ihhh Wie sich das Blut hier... Wie sich einfach das Wasser hier färbt Ach du Heilige Okay, ich ahne bereits Was mit der Person geschehen ist, die hier runter gesprungen ist Offenbar hat sie es nicht geschafft Ich weiß aber nicht, ob das... Unser Kumpel war, den wir gerade verfolgt haben Hasenfell? Ah Offenbar ist unser Kumpel hier lang Und... Dann wohl da geend... Oh, ist das... Oh, Longroo Und dann wohl hier verendet Schade, ich dachte wir kriegen vielleicht noch einen Kämpfer an unsere Seite Ehrlich gesagt möchte ich gerne die ganze Höhle absuchen, wenn wir schon mal hier sind Und hier? Was hat hier stattgefunden? Hier ist auch so viel Blut Longgrube... Pfff... Wer will denn Longgrube? Da ist noch mehr Blut Und wo kommen die Vorräte hierher? Sie wurde zerstückelt Wahrscheinlich von zwei Personen Der Rest der Mannschaft ist weiter Wie viele mögen da noch übrig gewesen sein? Keine Ahnung, aber da ist gerade... Ne Truhe auf den Typen gefallen Also so ne Gingins... Schalmer hat hier viele Männer verloren Arvid Antordaroch Er wollte unbedingt mit uns kommen Tja, hier ist wohl kein Platz für Helden Mh... Mein Leben am Limit Hm... Mal ein bisschen Licht machen hier Mal ein bisschen Licht machen hier Und wir kriegen da draußen wieder Besuch Oh schon wieder überlastet, das darf doch nicht wahr sein Boah, schöner Baum hier Schon wieder überlastet Ach du Scheiße 2,74 Mh... 1,56 Wikovarische Klinge 0,75 15,34 Ne schwere... Boah, bringt aber 923 Boah, die muss ich behalten Du mir leid Dann schmeiß ich das hier mal Ciao Und ihr Spitzhacke Tschüss Mir ist sehr leid, aber ich muss die Rüstung behalten Weil die echt gut Kohle bringt Ähm, da will ich nicht unbedingt hin Naja, dann probieren wir's mal Na? Please? Das war... Hat der auch ein Horn, ein eigenes? Oh, knapp Bitte nicht über die Reling springen Ich will auch so ein Licht allein haben wieder, junge Mann Hab ich wahrscheinlich schon Links mit irgendeinem Spell oder so, keine Ahnung Und weiß es nur wieder nicht Oder? Hab ich? Hab ich nicht? Find das schön, wieder so Heimläuche, wie so ne Taschenlampe Was war das für ein Geräusch gerade? Und was ist das für ein interessanter Baum? Hier ist nichts Ich dachte, die wären dann hier hoch oder so Aber die haben... Die sind dann da hoch, okay Die sind nicht das Risiko eingegangen, das verstehe ich natürlich sehr gut Ich will mal eben was probieren Wie? Ich kann mein Spiel jetzt nicht speichern Hier ist doch nichts mehr Ich glaube da unten ist... nichts mehr Vielleicht wenn ich da raus schwimme... Ich hab hier nochmal gespeichert gerade Aber ich glaube dann komm ich hier nicht mehr hoch, oder? Da ist ne Leiter Okay Ich frag mich was hier so... Ich frag mich was hier so gülden... vor sich hin scheint So, hier sind doch überall diese Dinger, die man hier abschlagen kann Und ich weiß, wir müssen nach oben, aber trotzdem würde ich gerne wissen... Aber vielleicht überquere den See, vielleicht wären wir dann, statt den See zu überqueren, wären wir dann vielleicht von der Wasserseite irgendwo gekommen Ich weiß jetzt nicht, ob es hier irgendwo nach draußen geht, kann ich natürlich nicht sagen Okay, tauchen geht hier offenbar nicht Oh Ein Meisterset, das gefällt mir ganz gut, haben wir einmal mal so gefunden So Offenbar kämpft da wieder jemand mit seinen Pfeilchen gegen irgendwen Ach da oben, komm ich ja eh nicht hin Na gut, wir lassen ihn mal machen, der hat eh noch volle Gesundheit, alles gut, müssen wir uns keine Sorgen machen Haben jetzt hier noch ne Truhe gefunden, ist auch schön, vielleicht auf der anderen Seite nochmal gucken, vielleicht finden wir da auch noch was Aber generell bin ich dafür, dass wir dann... Achso, das ist nur so ne Sprengtruhe Generell bin ich dafür, dass wir gleich hoch und den Leuten hinterher Weil ich würde wirklich gerne noch, also eigentlich wirklich ungern noch Aber ich habe das Gefühl, wir sollten in dieser Folge... Hallo? Na toll, hallo Oh nö Oh nö, nicht festhaken bitte Ich kann mich nicht mehr bewegen Ich bin, ich hänge irgendwo drin fest Das kannst du... Warum nur? Warum nur? Das kannst du jetzt nicht tun Jetzt, Geralt, was machst du denn? Okay, Spielladen Schnellspeicherung Da wir die Kiste nicht... Weißt du was, wir könnten eigentlich auf die Kiste scheißen, wir brauchen das eine Meisterset nicht zwingend Ja Mhm Nicht wahr Ja Finde ich gut Gemein Gemein Hoffentlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass der Weiß... äh, dass der Weißsack Dass der Moisek da irgendwie sagt, ja juhu, ich lass mir da einfach was sagen Der wird doch wahrscheinlich seine eigene Meinung haben Warum rollt da gerade ein entzündbares Fass auf uns zu? Die haben wir alle besiegt Hier ist noch ein Trüchen Kapitänsstiefel sind zum Glück nicht ganz so... schwer Es kolpoltert dort hinunter So, uah Was ist denn jetzt schon wieder... Du willst mich doch verarschen Na Gott sei Dank konnte ich diesmal wenigstens noch den Weg bestimmen, wo ich runter gesurft bin Es ist etwas schwierig sich hier, also hier in der Höhle zu navigieren, hab ich das Gefühl, auf diesem engen Raum Ich werde ab sofort nur noch Schritte gehen Na, was haben wir denn hier? Die hat den halben Köcher abbekommen Hm Bei uns reicht meistens ein Schwertstreich oder zwei Aber gut, wir sind natürlich auch Wir sind natürlich auch mit Magie gesegnet, mit rudimentärer Magie So Ach Longgrube, kann ich nicht mehr sehen Die Elenden Hier ist noch eine Truhe Und schon wieder überlastet Leck mich doch am Arsch, das kann doch nicht wahr sein Leider kann ich nicht davon lassen, es tut mir leid, wir werden... Wir werden wohl gemächlicher hier durch die Höhlen spazieren, was wir eh machen wollten, um nicht überall runter zu fallen Ach, sowas doofes, wieso kriegen wir denn immer so viele tolle Sachen geschenkt Ach, wie ärgerlich Viele tolle Sachen, jeder hasst viele tolle Sachen Hallo, wau, wau, wau Ah Na Alter, willst du mich verarschen? Da hat sich die Rüstung erwischt Und, dem Geräusch nach Ach! Sind wir hier nicht so alleine? Aber wo kommen die Verschlinger dann her? Ich habe das Gefühl, wir sind hier nicht mehr lange allein. Ich würde mal kurz da runter gehen. Warte auf, ich nutze jetzt mal direkt ein Meister-Set. Meister-Rüstung. Zack, so. Dann machen wir hier mal ein bisschen hier, da ein bisschen Spökes. Einfach ein bisschen hier die Lichter anmachen. Ach du Heilige. Ich dachte, ich komme hier sonst noch irgendwo hin, aber offenbar. Hohoho! Und ich war so stolz, dass ich gerade ein Meister-Set verbraucht habe. Ganz mutig. Ah. Oh, weia. Naja, machen wir hier einen schönen gemütlichen Spaziergang. Ich muss wirklich mal ein bisschen krempelos werden. Und zwar mehr als nur den üblichen Rotz. Das hört sich nach einem großen Vieh an. Warum rennt es denn so aufgeregt hin und her? Hat es uns denn schon entdeckt? Hier ist die Schmiede. Ich speichere mal eben. Ist das jetzt einfach ein Eistroll da drüben? Oder? Okay. Das hier ist die Schmiede. Ich will aber erstmal ganz kurz bevor wir die Schmiede begutachten. Überquere den See. Ja, ja. Klappt ja irgendwie gut. Haben wir den See überquert? Ich weiß es gar nicht. Das ist ein Fels-Troll. Stufe 26. Äh. Was kann denn gegen den mal helfen? Vielleicht die magische Falle? gaswolke bringen nichts... Gaswolke bringt nix... Und die beiden Bringer bringen auch nichts... Höh! Sag mal! Aua! Von beiden Seiten krieg ich jetzt? Ernsthaft? Höh, was hab ich denn jetzt aktiviert? Was? Das wollt ihr? Ich wollte den hier! Vorsicht! Aua! Wollte ausweichen, hat nicht gut geklappt. So! Ja, theoretisch schon, aber vorher, ganz ehrlich, ich möchte hier nicht so... Ich möchte hier echt nicht so lange spazieren gehen. Wir müssen leider doch nochmal eben ein paar Sachen verkaufen. Es tut mir echt leid, aber es hilft ja nix. Ihr seht's doch selbst, es ist fürchterlich. Wir sind immer permanent überladen. Und ich bin zu doof, die Ursache zu finden, warum wir so unglaublich viel wiegen. Ähm, wir müssen da gleich nochmal hin. Ich weiß... Warte, erst mal... Nein! Erstmal so hier raus, dann gehen wir nochmal ganz kurz nach Novigrad, so da rein. Und dann, würd ich sagen, direkt zum Platz der Chira... Ich lässt sich erreichen. Aber das war gar nicht so einfach. Ja, ja. Mhm. Du ja, wir nicht! Ja. Mhm. 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 Das wird ein bisschen lästig, aber wenn man Sachen verkaufen will, muss man ja die halbe Geschichte wieder anschauen. Ist so ein bisschen so... Ach ja, na gut. Also, für mich persönlich stört das natürlich nicht. Im Let's Play ist halt doof, ne? Wenn ich das jetzt dauernd hier den Folgen mit drin habe und man guckt das zum fünften Mal. Aber es hilft ja nix. Wir müssen Waffen verkaufen. Und das würd ich am liebsten noch weiterhin n bisschen Novigrad machen, bis wir vielleicht irgendeinen finden hier auf Skellige, der uns zu einigermaßen okayen Preisen die Sachen abkauft und auch genug Kohle dabei hat. Dann würd ich mich hilfesuchend dahin wenden. Warte. Hallo, Musik? Äh... Boah, wie... Wie deprimiert das gerade wirkte ohne Atmosphäre und ohne Musik, ne? So einen kurzen Moment war das echt so ein bisschen so... ...bedrückend. So, die Schmiede haben wir also wieder gefunden. Und bitte sag, dass ich jetzt nicht zwei Tage übernachten muss. Oder vier. Jaja, wissen wir ja. Bitte sag mir, du hast schon wieder Geld. 1004, na gut. Mit 1004, da lass ich nicht spaßen. Äh, die verkauf ich auf jeden Fall. 15. Für 331. Zack. Haben wir wieder Platz frei. Die wiegen 1,74. Ja, die können wir auch mal loswerden. Die muss ich... Theoretisch noch... Soll ich die entsockeln? Ich weiß gar nicht. Lohnt sich nicht, ne? 514 hat der noch. Der gute Mann. Ich verkauf mal ein bisschen Billigkram. 38. 138 verkauf ich nicht. Wir haben gar nicht so viel. Was wiegt denn hier bloß immer so viel? 23, die können wir weghauen. Das brauchen wir auch nicht. 48. Obwohl das wiegt eigentlich gar nichts. Der Sattel wiegt. 254. Ja, 2,74. 363. Können wir vielleicht gleich nochmal die Sachen reparieren lassen. 1,87. 125. Und... 256. Äh, was? 254 hat der gerade auf Tasche. Das heißt, ich verkauf die. Und ich verkauf die. Da hat er noch 3. Und wir haben 136 von 160. Das reicht hoffentlich erstmal für diese Queste. So. Ich halt das mal ganz kurz. Bis dann. Ich fass mich kurz, damit wir möglichst schnell wieder zur Quest sind. Ui. So. Normalerweise würde ich jetzt noch ein bisschen rumbuxieren. Sachen reparieren lassen. Und dann wieder für das Geld, was er dadurch eingenommen hat. Äh, würde ich dann wieder, ne, und sowas verkaufen. Aber naja, egal. Egal. Haben wir gerade keine Zeit zu. Denn wir wollen ja auch noch relativ zeitig hoffentlich. Wo ist denn diese Insel? Mann. Äh, hier ist, finde ich, Yalma. Ach, das ist die Schmiede. Hier ist, überquere den See. Was auch immer. Diesen See wahrscheinlich. Aber wir haben den See ja eigentlich überquert. Wenn auch ohne Boot. Wahrscheinlich musste man das Boot irgendwie... Aber dann sind wir zu Fuß gegangen. Sollte... Ja. Das meinte ich. Nein. So, das meine ich, wenn man jetzt irgendwie zweimal hin und her reist, dann kriegt man immer wieder... Oder viermal, dann kriegt man immer wieder die Geschichte, immer wieder die Geschichte. Das ist so ein bisschen... Okay, da sind wir wieder. Haben auch wieder Platz. Können wir hier... Abgeschlossen, Schlüssel benötigt. Können wir da nicht... Können wir da nicht... So... Sag mal... Dieses Ziel... Ich will... Gar nichts angreifen. Ich wollte nur gucken, ob ich da reinkomme. Sag mal, ah, Kollege, du stehst immer einen Weg rum. Komm mal da rein. Ach. Äh... Oh oh. Ach du Scheiße. Das... Jetzt wissen wir aber, wo der Riese sein Fleisch herkriegt. Das ist ne verdammte Fleischerei hier. Nichts anderes. Und ich speicher mal eben, denn wir haben da drüben offenbar Besuch gehabt. Alter. Boah. Die machen aber gut Schaden. Eigentlich wollte ich... Zu dem wollte ich gar nicht. Lass das. Weg da, weg da, weg da, weg da, weg da. Da lebt er noch. Hupf. So. Komm, hau'n Pfeil rein. Hau'n Pfeil rein. Und jetzt geh' weg. So. Dem Fohlan geht's gut. Wir sollten aber mal ne Stunde rasten. Weil der Fohlan... Ich weiß nicht, ob der vergiftet ist. Mal bis 5 Uhr. Dann haben wir wieder ein bisschen Sonne hier. Da bin ich ja grad mitten rein geraten bei den Jungs. Die Verschlinger. Ich glaube, die... Nutznießen hier so'n bisschen. Ich... Ich glaube nicht, dass die... Die Leute hier ausgeweidet haben. Ich glaube doch, dass das die Schlachtstätte das Rie... Aber der Riese kommt doch hier gar nicht rein. Aber ich glaube auch nicht, dass die sich hier in der Schlacht später irgendwie... Kein Chialma. 20 Mann. Der Riese kommt doch hier durch die Türen gar nicht rein. Die sind doch viel zu klein für den, oder? Okay, hier möchte ich eigentlich nichts mitnehmen. Das geht. Hauptsache, wir nehmen kein Fleisch mit. Und jetzt wissen wir ja auch, wo der Riese sein Fleisch herkriegt. Kollege, steht doch nicht immer im Weg rum. Die geht, die geht, die geht, die geht. Okay. War ja ein bisschen... Ich mach's den Jungs mal ein bisschen wärmer hier, ne? Dann können sie ein bisschen besser feiern. Ah, aus Geld macht man sich ja offenbar nicht viel. Nehmen wir natürlich alles gerne mit. Honig, Wabe, Zwergen, Schnapsen. Ey, ist doch alles! Hier kann man doch auch ganz toll... Ah! So leckere Tinktur, oder was auch immer. Oder so ein bisschen Marinier... äh... Mariniere... Marinade kann man hier natürlich auch ganz toll machen. Was ist man denn hier? Ja. Viele alte Spuren. Der Riese muss hier oft entlang gegangen sein. Aber der kommt doch hier nicht durch. Immer noch überquere den See. Pass auf. Ich geh erstmal in die alte Schmiede rein. Bevor wir jetzt hier irgendwie... Wo ging's denn hier wieder raus? Da drüben. Ach, iget, 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 iget. Ich... wollte... ne, hier müssen wir... Ich wollte das gar nicht sehen. Wir gehen erstmal in die alte Schmiede rein. Hier haben wir ja glaube ich auch noch nicht alles abgesucht. Rüstung gibt's hier offenbar noch. Eine wichtige Truhe. Erstklassige Schmiede-Werkzeuge. Schmiede-Werkzeug, aber verziehend. Das muss das Werkzeug sein, das Joana gemeint hat. Ach, um Gottes Willen, beim roten Baron, der Schmied. Der wollte das doch haben, oder? Das ist ja schon eine halbe Ewigkeit her. Ja, 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 ja. Ist ja gut, ihr Lieben. Hier kommen wir nur wieder in die Schmiede rein. Gut, dass die nicht angreifen, wie eigentlich Ziegen es tun würden. Vielleicht, wenn die sich bedroht fühlen. Also wahrscheinlich. Das ist also die Mega-Schmiede. Gut, dann haben wir die auch schon mal gesehen. Dann haben wir auch ein Quest-Gegenstand gefunden. Sehr, sehr gut. Ich bin froh, dass wir noch mal reingeguckt haben. Sonst wäre der uns in Gang. Oder wir hätten vielleicht noch mal... Huh, wo kommt er denn her? Wir hätten noch mal hin müssen. Aber so haben wir gleich alles gemacht und folgen weiterhin den Spuren des Riesen. Wohin auch immer. Der ist so groß, der wird niemals in die Schmiede gekommen. Da hätte die... äh, also niemals in das Haus da reingekommen. Das hätte noch größer sein müssen, eigentlich. Und eins muss man unserem Kollegen lassen. Er folgt uns, ohne zu zögern, dem Riesen hinterher. Und weiß ja, auf wen wir hier gerade Jagd machen. Obwohl er eigentlich auch weiß... Ach du Scheiße. Obwohl er auch weiß, dass es theoretisch ein sinnloses Unterfangen wäre. Und ich glaube, hier... äh... Pff, oah, das ist zu hoch. Ich muss einen anderen Weg finden. Das war mir klar. Hätte ich dir auch gleich sagen können. Gary, alte Schleuder. Aber hier ist er auch mal lang gegangen. Der geht mal hier hin, mal da hin. Okay. Was ist mit Hjalmar, frage ich mich. Was ist mit Hjalmar? Und wie viele können da jetzt noch am Leben sein? Und ganz ehrlich, so ein Hjalmar als König, das wäre glaube ich... Nein. Das wäre... das wäre nicht gut fürs Königreich. Ich habe das Gefühl... Jaja, wie gesagt, Heißsporn, ne? So Heiß... Heißspornigkeit. So, wir folgen mal weiterhin den Spuren. Mal hier vielleicht noch ein bisschen... Nein, untersuchen geht nicht. Ich vermute mal oben lang. Unten kommen wir nicht besonders weit. Allerdings würde ich gerne mal wieder speichern zwischendurch. Hier kriegen wir gleich wieder Besuch. Das ist doch ne Vyvan oder irgendwas in der Richtung. Ach nee, das sind wieder Sirenen, glaube ich. Jetzt kämpft doch nicht da hinten irgendwo auf verlorenen Posten. Wo bist du denn? Ich sehe nichts. Ah Mist, die kriege ich so natürlich nicht. Ah. Mann, wieso kriege ich die nicht? Was? Das gibt's doch nicht. Okay, pass auf, ich probier... den Bauch auf! Ah, bei Sirenen klappt es aber bei den anderen nicht. Huch! Na nö... Sie warnt den Eisriesen. Polar! Ich dachte, du wärst tot! Wo bist du gewesen? Ceres ist nach Spikarok. Allein! Aber du konntest ja nicht warten. Du musstest dich wegschleichen, als ob dir jemand den Riesen wegnehmen würde! Ceres! Sie hat also Anspruch auf den Thron angemeldet? Und du wärst lieber bei ihr? Ich hätte zumindest gern die Wahl gehabt. Warte. Vielen Dank, Geralt von Riva. Ich werde nie vergessen, dass du mir geholfen hast. Du kennst mich? Unsere Barden singen Balladen über dich. Und mein Vater hat mir von deinen Abendheuern erzählt, als ich klein war. Ich erinnere mich gut. Man muss kein Hexer sein, um ein Held zu sein. Kaltes Wasser und eine salzige Brise sind der Zaubertrank der jungen Skelliger. Die Ballade vom Hexer und der Zauberin? Das bist du? Ja. Wo ist der Rest deiner Mannschaft? Wir haben uns durch einen Schwarm Sirenen bisher durchgekämpft. Nach dem Kampf war nur noch eine Hand voll übrig. Jetzt sind wir nur noch drei. Die Sirenen haben Leif übel zugerichtet. Wir sollten uns um seine Wunden kümmern. Er ist tot. Was? Nein, er ist nur ohnmächtig. Hat nur etwas Blut verloren. Er ist tot. Glaub mir. Er hat geschworen, seine Klinge ins Herz des Riesen zu stoßen. Bei den Knochen seiner Vorfahren. Kommst du mit? Blöde Frage. Komm mit, Geralt. Der Hjalmar. Hm? Hm? Fragen stellen geht nicht. Der wird wahrscheinlich ohne uns abhauen, oder? Nee, doch nicht. Gott sei Dank. So doof ist er jetzt nicht. Naja. Letzten Endes war sie es auch. So. Vor allen Dingen ist es jetzt doch auch egal. Niemand flüchtet mehr. Alle die überlebt haben, also alle beide von der ganzen Expedition sind in Sicherheit. Ich weiß gar nicht wie viele waren es am Anfang. 30? Und der Hjalmar... Hallo? Oh ne, nicht schon wieder. Was denn jetzt schon wieder? Gott sei Dank. Achso, ja, ja. Er sollte seine letzte Reise sein. Ja, das habe ich schon mal gehört. Bin mir nicht sicher, vielleicht sollte es seine letzte Reise sein. Wen haben wir denn da? Das Skelett ist sauber abgefressen. Aber da ist was neben dir. Oh, geheimnisvolle Karte. Ruinen, verborgene Schätze und so weiter. Naja, jetzt machen wir erstmal die Quest hier zu Ende. Ich schau mal ganz kurz hier. Geheimnisvolle Karte. Mysteriöse Karte. Ist das hier nicht direkt beim Turm? Hier ist das X. Hier wo der Turm ist, da waren wir doch schon, oder? Vielleicht finden wir ja später noch was. Das machen wir aber... Naja, später. Wer brüllt denn da so laut? Was ist das? Ah, das war es schon. Da war noch grad Nägel, die man aufnehmen konnte. Questgegenstände. Nägel, 22 Nägel. Als Questgegenstände. Manchmal... Bin ich verwirrt. Ich weiß jetzt nämlich nicht, warum wir die Nägel gefunden haben. Und was das für ein Questgegenstand ist, weiß ich dann natürlich auch nicht. So, ach du heilige, wir können hier... Das ist ja... Boah, Looter City. Nochmal 22 Nägel. Warum? Warum? Und warum kann man hier so viel... Ich bin verloren. Man kann hier so viel looten. Die warten natürlich da oben auf uns. Die werden ja hoffentlich nicht so doof sein und den Riesen alleine angreifen. Andererseits... Geht's denn da hin? Da geht's zu einer kaputten Brücke. Vielleicht war das den See überqueren. Dass wir über die kaputte Brücke kommen. Kaputte Brücke. Und das ging dann wahrscheinlich nur in diesem Bötchen, was wir da gefunden haben. So, hier ist alles gelootet. Aber da vorne geht's gleich weiter. Ich sag's dir. Dieser verdammte Bastard ist riesig. Na wundervoll! Deswegen spricht man ja auch von einem Eisriesen. Weil er riesig ist, heißt er Riese. Mein lieber... ...Hilma. Ach, oh weh. Mal ganz kurz hier gucken. Ich bin furchtbar, ich weiß. Boah. Das haben wir alles übersehen. Moment. So, hier. Da haben wir wieder Quest-Nägel. Diesmal war 23. Ich weiß gar nicht, wofür wir die Nägel alle brauchen. Na. So, jetzt. Einfach die ganze Zeit eh malträtiert. Weiß nicht, ob man das im Hintergrund gehört hat, wie ich die Taste malträtiere. Klack, 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 klack. So, hier. Die Häuser sind leer, aber draußen findste alles. Wer macht denn sowas? Nichts in den Häusern, aber alles auf der Straße lagern? Wie sicher? Na, vielleicht bauen die ja auf die Ehre, dass hier keiner klaut. Ich halt mich da nicht so dran. Ich weiß, es fällt kaum auf. So, und jetzt hier nochmal letztes Haus. Aber hier gibt's offenbar auch was drin. Hallo? Was ist... Ist das ein Wasch-Zubandy? Naja, das war jetzt auch nicht mega viel, aber wir nehmen mit, was wir kriegen können, solange es keine Waffen sind und anderer Ranz, der irgendwie viel wiegt. Hab ich grad gesagt, letztes Haus. Okay, die gehen jetzt da lang. Da haben wir noch ein paar... Hier gibt's noch Sirenen. Ich vermute mal, das war einst eine Taverne. Schön viel Holz. Das sieht aus wie eine Taverne und das sieht aus, als hätten sie hier ein paar totgesoffen. Komisch da... Oh. Ist das ein Jarl? Das ist ein Jarl, ne? Guck mal, der hat noch diese Halbkrone da auf. Aber das ist nicht der Jarl mit der Hundefresse oder wie der hieß, Hundeschnauze. Der ist das nicht, weil der hat ja... der lebt ja noch. Dann frage ich mich, wer waren die Herren und was brach über sie? Kann das der Eisriese gewesen sein? Hier hängt noch einer oben drin. Du Scheiße. Sag ich da mal. Du Scheiße. So, und wir müssen offenbar... Achso, Entschuldigung. Wir müssen jetzt offenbar dahin, wo wir jetzt noch weitere Nägel finden. Ich kann's nicht fassen, dass ich den Scheißkerl endlich habe. Hast du? Null. Okay, das waren nur die Nägel. Na gut, dann... Auf zum Eisriesen. Den wir leider doch erst in der nächsten Folge erreichen, denn ein Blick aufs Chronometer verrät mir... Oh, wir sind schon wieder weit über der Zeit. Ach, du Heilige. Diese Aufnahmesessions, das muss ich ganz kurz eben erzählen. Ich weiß, es ist total spannend, weil wir gerade auf dem Weg zum Eisriesen sind. Aber das erzähle ich auch schon seit zwei Folgen. Hat aber auch... Zieht sich aber auch ein bisschen. Auch wenn man vor allem immer looten muss. Dadurch, dass ich immer diese überlangen Folgen mache, die immer so um die 40 Minuten haben. Jetzt in diesem Fall wahrscheinlich so 45 Minuten. Ich weiß noch nicht hundertprozentig. Dadurch werden die Aufnahmesessions halt auch immer extrem, extrem lang. Man kann sich das zusammenrechnen, weil man bedenkt, wie viel Folgen bis jetzt erschienen sind. Und wie lange man das wohl aufnehmen musste. Also wie viel Spielzeit da alleine drin steckt, um diese Doppelfolgen quasi zu schneiden. Diese überlangen Folgen. Wie viel man da alleine von Witcher 3 aufnehmen muss. In Klammern aber auch will. Äh, jetzt habe ich zum Beispiel um 15 Uhr angefangen und dachte mir, da machst du heute mal einen kleinen Witcher Tag. Jetzt ist es 3 Uhr 18 in der Nacht. Das ist sehr schön. Das geht immer sehr sehr schnell, aber es sind wirklich Monster Sessions, die man da machen muss. Ähm, nicht dass es mir nicht Spaß machen würde. Ich wollte nur grad nur mal sagen, wie krass das einfach ist. Das ist unglaublich. Nebenbei noch Batman mit Überlänge. Nebenbei noch Forest mit Überlänge. Nebenbei noch die anderen Let's Plays, die laufen. Klaro. Warum auch nicht? Ach, das ist ja unfassbar. Naja, jedenfalls in der nächsten Folge der Eisriese. Und dann haben wir den wahrscheinlich hinter uns. Und den hier... Hal... 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 Halmageddon? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass der ein guter König wird oder wäre. Insofern, glaube ich, ist die Ceres die bessere Alternative. Vielleicht können wir das schon in der nächsten Folge bestimmen. Aber ich würde gerne die Insel noch ein bisschen absuchen, denn wir haben gesehen, da sind noch ein paar Sirenen. Und ich glaube, ein bisschen was zum Angucken haben wir hier auch noch. Und äh, naja, schauen wir mal. In der nächsten Folge, wie gesagt, erstmal der Eisriese. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und gehabt euch wohl. Bis dahin, vielen Dank.